Ciao zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von PUBG Mein kleiner Sorgen-King, immer noch auf der Jagd, nach einem Checker und wieder schon mit dem Tätowik entnehmen Und dann ist es mir tatsächlich gelungen im Solo das Chicken zu holen Und wie ihr hier seht, bin ich in den Müll gelandet Ist eine sehr unbekannte Gegend für mich, ich bin sehr ungünstig gelandet, ich war nicht alleine Ähm, ja, ich war ein Aufloss am Anfang Ich habe dann später auch ziemlich Probleme bekommen mit der Zone, so wie das für mich so üblich ist Ich habe immer ein bisschen Probleme mit der Zone Die ist einfach zu schnell für mich Oder ich bin zu langsam, das kann man immer anschauen, wie man will Auf jeden Fall, das war ein rechter Kampf Ehrlich weniger gegen Gegner direkt Sondern Kampfwender mit mir selber und mit meiner Unwissenheit über das Gelände Und die verdammte Zone Ja, schlussendlich ist es gut gekommen Ähm, ich werde es jetzt nicht durchkommentieren Es ist ja wieder nachher gesprochen hier Es sind halt so eine Stunde für mich alleine in meinem Kämmerchen Weil ich mich richtig konzentrieren kann Auf das Spiel Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spass Ich freue mich auf die Kommentare Ähm, Likes und Und natürlich auch ein Abo, da sage ich nur absolut nicht nein Und ich hoffe ein anderes Mal Auf PUBG wird sicher wieder mal zwischen kommen Wenn ich wieder mal die Zeit finde Jetzt im Moment auf Twitch Aktuell gerade NHL 18 National League mit Bio Bin ich eine Saison am Spielen Und auch das eine oder andere Spiel wird da wieder mal kommen Oder der eine oder andere Stream wird am Laufen sein Kommt doch sonst mal vorbei Donnerstagabend GameStubli Der Link ist unten in der Videobeschreibung Kommt doch mal vorbei, Stream Ist auch immer lustig Und äh, da wünsche ich euch viel Spass beim Zuschauen Merci und tschüss zusammen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal